Ja, Villarinha, nicht der Kupfer stärkste, andere Seite, boah, Räsentor. Puh, da ist er nicht der Größte, das ging relativ easy. Manchukic wieder mit dabei, dann Juan Frahn und jetzt achten wir, da kommt Villarinha, der alles versucht, aber nicht wirklich rankommt. Und dann hat Diego Benaglio gar keine Chance, der war einfach Exzellenz platziert.